Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Rache des Regengottes. Ja, wir sind immer noch dabei, unsere Armee vorzubereiten. Wir sollten aber jetzt auch, denke ich mal, langsam, aber sicher anfangen. Ähm, ja, du stellst Waffen her. Ja, das ist schon mal gut. Hm, ja, genau, wir sollten anfangen mit Trägern für die Kaserne. Ah, du brauchst Gesellschaft. Okay, wir brauchen zwei Männer und eine Frau. Und ja, wenn wir irgendwann mal voll haben an Bier, dann kann auch der Träger von der Brauerei in der Kaserne mithelfen. So, Kinder, komm rein. Wir haben, glaube ich, jetzt einen Bauarbeiter noch, der... Äh, nicht du, Bauarbeiter, ja. Du hast Leber erfunden, das ist gut. So, solltest du dann jetzt demnächst mal Leder bringen. Dann sagt er mich, unser Jäger hier oben. Jagdt unser Jäger eigentlich gerade überhaupt? Nein, ich glaube, der ist immer noch beim Schustern. Oder? Nein, er ist beim Jagen. Gut. Probeschnitzerei steht lange leer, Schusterei steht schon lange leer. Ja, wir haben halt genug Schuhe gerade. Und ja, schon ziemlich einen Kahlschlag hier gemacht. Auch. Du suchst Gesellschaft, okay. Ja, stimmt. Eisen, da sollten wir uns auch demnächst mal wieder drum kümmern. Wie sieht's denn so mit... Naja, okay, wenn die Straßen hier fertig gebaut sind, dann können wir uns vom Eisen kümmern. Also noch hier eine Straße planen erst mal. Aber weil ich gerade weiß, wie viel Eisen haben wir denn noch. Auch das hier oben, so wie es aussieht. Das heißt, du... Äh, falsch. Eisen, Schürfer. Wir brauchen erst mal Eisen. Das ist wichtiger, gerade als Steine. Ja, genau, Eisenwerkzeuge sollten wir auch irgendwann mal noch da unten wieder bringen. Ja, gibt ja der Mission noch sehr viel zu tun, eigentlich. Na, sie sucht auch Gesellschaft. So, du fährst leer, das heißt, du kannst jetzt mal anfangen mit den Bögen. Ja. Okay, der erste ist erwachsen. So, du wirst Träger. Du bist auch erwachsen und du bist auch erwachsen. Heiratest und arbeitest da. Und du wirst auch Träger. Du suchst Holz, irgendwo in den Wäldern. Auch gut. So, Togo fühlt es wieder scharfe. Oh, Mist, ich habe komplett vergessen. Na, sie heben tatsächlich hier die Speere auf. Ja, ich muss hier halt irgendwie davon abhalten, Bögen zu holen. Weil, ich glaube, die Bögen, die wir in der Kaserne haben, die zählen leider nicht. Okay, das habe ich total verpeilt. Genau, Bögen. Okay, das heißt, wir müssen das anders machen. Du wirst erstmal Händler. Und du wirst Träger hier. Mit deinem Arbeitsgebiet hier. Und du machst den Bereich. Nehmenarbeit, Zelt. Steht schon lange leer, hat aber auch keine Ressourcen mehr. Das ist so schwer, steht schon lange leer. Du kannst trainiert werden. Und du kannst auch trainiert werden. Gut. Ja, ein neues Leberarbeit, Zelt muss auf jeden Fall her. Ja. Ja. Ja, ein neues Leberarbeit, Zelt muss auf jeden Fall her. Ja, ein neues Leberarbeit, Zelt muss auf jeden Fall her. Gut, das heißt, das hier klappt eigentlich alles. Ja, ich finde es toll, wie manchmal irgendwie die Animation fehlen, dass die Leute was in der Hand haben. Also ja, wie gesagt, ich will erstmal ja die Bögen haben für die Jungs hier. Und ich habe halt Angst, dass die in der Kaserne nicht zählen. Ich möchte es jetzt nicht unbedingt herausfinden. Ja, hier ist immer noch einer fleißig beim Straßenbau. Das Eisenerz wird langsam wieder mehr. Unser Bäcker kann trainiert werden, das ist auch immer gut. Das Eisenerz wird langsam wieder mehr. Oh, er benutzt langsam Holz von hier, unser Bogenmacher, so wie es aussieht. Hm, Waffenröcke können wir auch nach da oben transportieren, wenn sie schon eingelagert werden. So, du hast erstmal genug Eis. Naja, irgendwann würde sich der Stein ausgehen. Oh, Herr, ich würde mich persönlich freuen. Oh, Herr, ich würde mich nicht mehr so freuen.